ja moin moin ihr lieben da gibt es jetzt mal ein weiteres update zu der ja zu dem ersten prototyp sag ich jetzt mal von der taschenlampe ich habe wie gesagt jetzt hier den deckel quasi gedruckt habe ich noch mal für eine andere form entschieden hier quasi wie so eine art kleine reflektor und ich muss ganz ehrlich sagen ich hätte gar nicht gedacht dass das tatsächlich so einen effekt hat ich wie gesagt ich muss das mal echt versuchen mal nachts für euch mal zu filmen so gut wie es halt eben geht aber das ding ist schweinehell also dafür dass nur eine 20 milliampere led da drin ist also ganz ehrlich ich war gestern abend platt wie gesagt das ist hier ein prototyp ich habe auch schon anderen gedruckt das zeige ich euch gleich mal so sieht es halt eben jetzt hier drin aus wie gesagt prototyp halt klar und ja ich kann ja mal gucken also die led hier drin mit der schaltung von so einer garten erzspieß geschichte hier in verbindung mit dieser solarzelle zwei volt und diesen fetten kondensator diesen superkondensator mit 350 fahrrad wenn du den quasi tagsüber einfach in der sonne liegen lässt dann hast du genug power um den mindestens neun stunden betreiben zu können also er hat wie gesagt wenn ich jetzt hier dunkel mache erleuchtet halt immer noch jetzt natürlich klar tagsüber und es ist vielleicht nicht mehr ganz so viel dampf drauf und so weiter ist nicht ganz so hell aber er leuchtet halt immer noch und das ist total cool das habe ich aber noch nicht nachgemessen was wir jetzt hier noch an 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 dampf drin haben bin ich selber mal gespannt so wie komme ich denn da jetzt am dümmsten ran ja tatsächlich nur noch 1,2 volt krass das hätte ich jetzt nicht gedacht das hätte ich jetzt nicht gedacht also auf jeden fall kann man jetzt festhalten die konstellation aus superkondensator aus dieser solarzelle hier und dieser kleinen elektronik das scheint auf jeden fall sehr gut zu harmonieren ich habe euch ja erzählt ich habe ein verbessertes modell gedruckt weil mal ganz ehrlich ja geht aber kannst du jetzt so schlecht in der hand halten also weiß ich nicht ganz optimal ist das nicht da ist sowas hier tatsächlich schon etwas optimaler also ja du hast halt hier immer noch so diesen diesen kantigen bereich sage ich jetzt mal hier drinnen könnte man natürlich auch umgehen indem man halt den gesamten durchmesser dieser taschenlampe vergrößert ja aber das muss ja nicht sein da wird die ja noch bulliger und die ist ja so schon finde ich jetzt relativ bullig sage ich jetzt mal aber ist natürlich auf jeden fall schon eine eine deutliche verbesserung was das angeht wenn man das mal mit dem alten modell vergleicht damit die halt nicht umfällt habe ich hier hinten dran auch diesen fuß entsprechend gedruckt du kannst die halt hinstellen und musste irgendwie gedanken machen dass die mal so weg rollt und dann keine keine große sonne kriegt ne ja ihr habt eben schon gesehen hier einmal das ist dann der bereich wo die solarzelle drauf geklebt wird wie gesagt die aussprache hierfür dient einfach entsprechend für die kontakte hier dass die solarzelle auch schön bündig da quasi drin liegt diese öffnung hier die ist nachher für den kleinen schalter und ich habe es halt eben jetzt so gemacht dass ich das quasi wie ein bisschen überraschungseiten hier so zusammenstecke ansonsten ist das prinzip genau das gleiche hier wie bei der geschichte halt auch die led wird dann hier vorne rein gesteckt in das obere den oberen teil quasi und der condensator der kommt dann hier rein wie gesagt ist genau das gleiche grün halt nur mit anderer optik sage ich jetzt mal ich muss einmal gucken nicht dass hier die led kurzschluss kriegt wo ich das jetzt so dilettante rausgezogen habe ja geht naja wie gesagt ist ja auch nur ein prototyp und ja also auf jeden fall wird das ganze teil denn umgebaut das kommt hier rein und dann kann ich auf jeden fall noch mal die weiteren tests machen weil interessant finde ich halt das ganze thema ja wie viel wie viel wie viel spannung kriege ich denn auf den kondensator geladen wenn ich jetzt wirklich wir haben wieder totale sonne bei uns wenn ich das dann wirklich mal von also ich lasse das dann mal nachts draußen liegen einfach so dass ich auch morgens die ersten sonnenstrahlen gleich mitnehmen kann und gucke einfach den abends wenn es dunkel ist keine ahnung um 10 oder sowas hole diese dann rein und mache es an oder vielmehr mess erst mal und kann euch dann sagen kann ich dann sagen wie viel dampf drauf ist ein sehr interessanter part als ich meine ich habe immer so eine box wo ich dann die ganzen solarmodule alle verschiedenen größen ich habe ja nur einige verschiedene größen wie gesagt die habe ich in so einer großen so einer großen box drin und ja da war ich seit längerer zeit noch wieder am wühlen weil halt wie gesagt ich habe diese klein gesucht weil ich wusste ich habe die noch und habe da meine konzentrator solarzellen gefunden konzentrator solarzellen war ja mal bis vor einigen jahren mal übelst gehypt im internet da würde normalerweise hier noch so eine fresnell linse drauf kommen die halt wie so eine lupe das licht genau auf diesem punkt hier auf diese zelle fokussiert und ja da hieß es dann ja die kann viel ja wesentlich mehr spannung machen es gab auch glaube ich schon die ersten module am markt ich habe eben kleinzeichen auch schon mal wieder welche gesehen die sehen halt von optik her ziemlich speziell aus wegen dieser fresnell linsengeschichte gut ist geschmackssache und ja ich hatte mir damals ich hatte mal glück gehabt irgendein youtuber hatte mir mal einen link geschickt wo man die bestellen kann weil die sind wohl gar nicht so leicht zu kriegen wie ich das mal mitgekriegt habe und ich habe jetzt schon längere zeit nicht mehr nachgeguckt wenn euch das interessiert hier schaut einfach mal gibt einfach mal so 13 g ein also mehr daten stehen da nicht drauf und ich habe halt auch nicht mehr daten darüber also das ist tatsächlich alles was ich habe vielleicht hat ja der ein oder andere von euch selbst diese zellen hier oder oder hat sie vielleicht vor kurzem erst gekauft und kann uns entsprechend hier vielleicht ein link mal geben weil der link den ich damals hatte den gibt es schon ewig nicht mehr wie gesagt habt ihr bestimmt jetzt schon vier jahre bei mir hat auch früher glaube ich schon ein video darüber gemacht keine ahnung ist jetzt hat bei uns wieder interessant weil wir haben halt fiese sonne und ich muss mir mal irgendwas drucken dass ich da halt mal so eine kleine zelle mal zusammenbauen da käme halt hier unten ran so ein kleiner körper vielleicht ne und dann halt hier oben so ein trichter sag ich jetzt mal wo dann da oben drauf die fresnelllinse kommt ja wirklich wie so eine art richter ne wo ich dann die brennweite genau abstimme dass halt wirklich dieser diese kleine zelle hier dieser chip sag ich jetzt mal beleuchtet wird und dann kann man das halt entsprechend so hinstellen der nachteil natürlich ist du musst es halt immer irgendwie der sonne nachführen und ja es ist halt auch schon auf direkte sonne angewiesen das ganze thema also wenn du schatten hast oder bedeckten himmel hast ist das dann nicht ganz so optimal aber was halt interessant ist wenn ich hier mal wie gesagt ich bin hier in der werkstatt ich habe auch das oberlicht aus also das was hier an licht rein fällt ist alleine das was hier durchs fenster kommt und wir sehen hat hier schon eine leerlauf spannung von 1,8 1,9 volt ich halte es jetzt hoch richtung richtung fenster hier das kabel abgegangen wir hatten hier irgendwie zwei volt kurz einmal gesehen jetzt ist das andere abgefallen das war klar wir haben zwei volt einmal kurz gesehen ja wie gesagt ich müsste mir da jetzt entsprechend noch mal was drucken um das mal mit dieser fresnelllinse geschichte auszuprobieren ich hatte halt kurz überlegt was denn wäre wenn ich halt anstatt diese solarzelle hier so eine konzentrator solarzelle nehme weil ist natürlich wesentlich kleiner sage ich jetzt mal hat halt natürlich den nachteil dass wenn ich das jetzt einfach so nehme wie es halt hier ist du hast halt hier keinen schutz drauf und so ist halt nicht ganz so optimal müsste man irgendwie mit epoxidharzen eingießen und so weiter naja hat halt auch gewisse nachteile das ganze thema ich sehe gerade hier ist ein nupsi ab und da auch muss ich nochmal das gesehen diese kleinen kontakte hier die waren abs habe ich gerade erst gesehen naja jedenfalls muss ich halt mal gucken weil die 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 milliampere die hier rauskommen also ich habe es gestern mal grob versucht einfach mit der hand mal drüber gehalten und ein bisschen geguckt also wenn ich das jetzt richtig am messgerät gesehen habe waren das irgendwie 20 milliampere war jetzt nicht toll aber es kann auch einfach sein dass ich schief gehalten habe und ach das wie gesagt das ist halt immer wenn du das zwei hände hast ein bisschen blöd das ganze zu simulieren die müssen auf jeden fall ein bisschen mehr dampf machen weil sonst wäre da gar kein hype drum entstanden was ich halt nur so überlegt habe wie gesagt ob ich das dann halt da drauf bau ja wir haben ja hier unsere 2 volt oder 2,1 wenn es da draußen in der prallen sonne stehen würde das würde auf jeden fall von der spannung her auch ausreichen für den superkondensator das ist eine klare sache nachteil ist halt entsprechend wenn ich keine linsen optik verwende habe ich dann halt entsprechend auch ja muss ich jetzt mal schätzen kann ich jetzt wirklich nicht genau sagen irgendwas um die weiß ich 10 milliampere oder sowas das ist natürlich nicht wirklich viel müsste man mal gucken aber da kann man sich halt auch tolle sachen mit basteln konzentrator solarzelle so heißen die dinge wenn es euch interessiert wie gesagt wenn einer von euch einen link dazu findet oder jetzt momentan wieder angebote dazu findet schreibt es mal in die kommentare mit unten drunter weil das finde ich mal sehr interessant ich hatte seinerzeit irgendwie 20 stück mal gekauft gehabt die gab es nur so ein set und habe glaube ich mal ein oder zwei verbaut ich hatte das mal an so einen superkondensator mal herangemacht zum aufladen halt ne und ja also ähnlich so ähnlich so wie hier ne das ist ja damals 750 verrat natürlich nicht 750 verrat superkondensator ist natürlich ein ganz schönes ganz schöner oschi und das war damals auch vor vielen jahren habe ich das ding aufgebaut vielleicht habe ich auch sogar irgendwo mein video darüber gemacht habe ich dann hier einfach eine dualtief luftspulenschaltung quasi verwendet hier einfach nur ganz einfachen bc547c transistor kleinen widerstand ich meine 330 ohm und so weiter und das ganze thema war es hier ein kleiner klick klack schalter entsprechend hier eine warme weise led und ein was haben wir hier das muss ich mal gucken 1 2 3 4 3 volt 3 volt solarzeite da bin ich ganz schön mutig gewesen jedenfalls das ding steht hier auch schon ziemlich lange rum und dann kannst du das halt als taschenlampe benutzen wenn du das halt benutzen magst wie gesagt und der vorteil ist halt durch diesen superkondensator das ding hält so ziemlich ewig wenn du das halt am fenster stehen lässt oder sowas ne also von der sache her ist das schon eine feine sache und mit so einem 750 verrat kondensator da kannst du das ding hier tagelang am stück brennen lassen also da muss man sich denn keine großen sorgen machen ich lasse es mal hier einfach laufen genau das ist mein kleines update wenn ich das hier alles zugeschostet habe dann melde ich mich nochmal zurück weil ich muss jetzt ein bisschen ins aquario mal wieder was schneiden sonst kommt gar kein licht mehr unten an das ist ein wahrer urwald deswegen da muss ich jetzt mal unbedingt ran würde ich sagen wir sehen uns dann beim nächsten video und macht euch noch einen schönen restlichen sonntag und ja habe geschwyl zeit bis bald wieder macht gut